Ach... Ey... Jetzt sind wir schon wieder bei 8... 4... Ja... Meine Herren... Nummer 6... Ey, das klappt ja super! 4... 4... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... Das kam jetzt cool! Ok... Auch in Sandpolis Akt 1 kann man ein... ein Geim... ein Geim Akt finden... Äh... Sagen wir mal... Geim... Stage finden... Äh... Oder wie es auch heißt man... Ich hab keine Ahnung was... Wie das heißen... All... What the fuck? Die Lippe hier in den Stern hier... Das ist dann uncool... 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 Hey yo... Alter... Das war jetzt... Uncool... Doing... Jubiii... Daneben... Du Flachzange... Ok... Da oben war... Wieder ein... Special States... Da kommt man ein bisschen mit... Äh... Da geht's hoch... Oh... What the fuck... Das war ja... HSH... Das war ja... Das war ja... Was war... Das ist so ein Stein oder sowas... Hier... Wie kann man ihn töten? Man muss es so den hinterjagen... Kommt schon nur Spaß... Und schon... Ich warte... Ey... Ja... Hier... Ich hab meine Kringe gerade verloren... What the fuck... Ja... Akt 1... Fertig... Jetzt kommt Akt 2... Wie ich gesagt habe... Akt 2... Machen wir mal Licht an... What the fuck... Ah... Weil die Dinger heißen sich wie die Pers... Muss man... Schnell... Schnell... Schnell reagieren... Sonst... Äh... Zum Beispiel hier... Das war jetzt ein... Sehr schnell gewesen... What the fuck... Oh... No... Oh... Scheiße... Ey... Die Tippen hast du für die Pest... Ey... Die Tippen hast du für die Pest... Die Tippen hast du für die Pest... Die Tippen hast du... Die Tippen hast du für die Pest... Die Tippen hast du für die Pest... Die Tippen hast du für die Pest... Pompe Ess... Die Tippen hast du für die Pest... With die Tippen hast du wieder Hum Planning... . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020